Hey Internet und YouTube und mein Kapsel-Spezialist Kies. Das stimmt, ich bin Experte für Überraschungseier. Mit Spielspaß, Spannung und Ausziehen? Genau, Ausziehen. Ich kann Dinge auspacken und zwar richtig gut. Also Weihnachten ist genau dein Business, oder? Und wir sind bei der ersten Kapsel. Ich spiele hier gerade mit der DL Unfair 44. Hast du? Ja. Oh, Granate! Ich konnte nicht mehr Speerfeuer. Der will, weißt du, ich will aufbauen. Wir haben hier einen Sieg geholt und ich würde ganz gerne nochmal einen Sieg holen. Ey, das Schild ist so dreckig. Dieses Körpershield ist so dreckig. Ja. Weil du einfach mal unsterblich bist. Ja, nur Grenades schmeißen ohne Ende. Granate hat er überlebt. Hat er überlebt. Stand voll in der Granate drin und hat sich gedacht, nee, I give a shit about this. Malz in die Rittungskapsel unter imperialer Kontrolle. Alles klar, DL 44 fahren. Wir verteidigen, wir verteidigen. Verteidigt. Wer schaut in die Höhle? Ich schaue in die Richtung. Der schwarze Krieger mit der Armbrust. Ja, ober uns, ober uns, ober uns. Oh, natürlich. Ich kann nichts tun, ich kann nichts tun. Ja, ich kann auch nichts tun. Ich habe nicht meinen Assist bekommen. Fucking Armbrust, ja. Wow, wow, wow. Sie kommen alle über den Hügel. Richtig mies. So. DL 44. I'm a Noob. What? Was? Die Armbrust auch immer aus dem Nächsten. Achtung, sie sind unten. Believerball. Oh, wir müssen sie zurückerobern. Fuck. Nein, der hat eine Armbrust. Shit, die Armbrust ist wirklich so ein 5 HP hatte er noch. Die ist wirklich so ein One-Hit-Down-Ding. Oh nein, die haben gewonnen, die haben gewonnen, die haben gewonnen. Ja. Krieg ist verloren. Wow, hier wird wirklich hart gebattlet. Neue Kapsel, fuck. Oh, der steht hier hinten einfach. Wo ist sie denn, die neue Kapsel? Wo? Oh, ganz in meiner Nähe. Ich hol sie. Shit. Ich hab mich versprungen. Fuck. Da oben. Ich häng. Rattengeiler. Er macht einfach sein Schutzschild an, während er da vorne läuft. Ich brauch dieses Schutzschild. Das geht mir so auf die Nerven. Ich muss dieses Schutzschild haben. Ich schiebe von hinten an. Er dreht sich nicht mehr um, macht aber Schutzschild an und läuft weiter. Irgendwas ist da hinter mir. Oh, fuck. Komm schon, wir müssen sie holen. Ist das oben oder unten? Ne, das ist mitten im Gang, oder was? Mitten im Gang, ja. Granate! Hab auch eine geworfen, bin aber fast tot. Hab irgendwas getroffen. Ja, ich auch. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, vor uns auch zwei. Dann auch zwei bei der Kapsel. Okay, wir müssen direkt Granaten reinschmeißen. Wir sind jetzt ewig weit weg. Ja. Ich bin irgendwo in der Eishöhle gestartet. Hinter dir. Oh nein, das ringen wir nicht mehr. Nee. 0-2. Was hab ich denn hier aufgehoben? Oh fuck, ich hab hier irgendwas zum... Boah, die Abendbrust hat ja auch noch Reichweite. Ohne Ende. Oh shit, wir sind 0-2. Irgendwo hinten... Ah! Komm schon, schwarzer Krieger, du bist Level 50. Ich will was sehen. Dafür, dass du das Spiel hier so suchtest. Gut, und jetzt hier unten bleiben. Ach so, das... Ja, okay, das müssen wir ja haben hier unten. Ich meine, das ist wieder so ein plötzlicher Spot. Wow, da hinten kamen eben irgendwie alle. No! Shit! Oh shit! Oh, 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 oh Oh, da sind einige Läupchen. Von der anderen Seite, von der anderen Seite. Oh ja, ich wurde von hinten. Armbrust natürlich. Ultimativ, einfach ultimativ. Schild und Armbrust, ich brauch das unbedingt. Ach, verteidigen. Ach, ich bin ganz weit hinten. Oh mein Gott, okay. Wow, 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 wow. Wir haben das Ding, wir haben das Ding. Kommt schon. Haben wir die erste Kapsel, das wäre... Yes! Yes! Okay, okay. Come back! Oh geil, ich habe eine intelligente Rakete bekommen. Da ist mir ja reingehaut. Die Ampel! Ich weiß nicht, welche Waffe ich hier alles hassen soll. Es gibt so viele, die ich hasse. Kommt schon, yes! Die Serie von dem Typen gestoppt. Die haben die schon? Wo genau müssen wir denn hin? Ich verlaufe mich jedes Mal hier unten. Ja, das ist... Hast du auch noch so eine Imperium-Musik? Nee. Bei mir geht es voll ab. Ist das ein Feind? Warte, dann schicke ich ein Ding hier. Ich habe ein Ding hingeschickt. Strike. Oh nice, ich renne hin. Hat das was gebracht? Ich war gerade tot. Feind hat dich erfasst und ich bin tot. Ich glaube, die haben die Kapsel. Sieht gerade gar nicht gut aus. Das hat wohl nix gebracht hier. Nee. Also genau drauf. Ja, aber es war irgendwie... Niemand wirklich... Ja, mach mit deiner D... Nee, das... Wow! Ey, die Waffe kenne ich gar nicht. SE 14C. What? Und die war extrem krass eben. Ich wurde direkt zerblastet. 3-1. Okay, das geht hier ein bisschen hurtig im Moment. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir haben das Ding, wir haben das Ding. Ah, das ist wieder an der unfairen Stelle. Gut für uns. Naja, so unfair ist die gar nicht. Man muss halt wirklich hier auf der Karte sehr viel mit der Minimap spielen. Wo kommt der her plötzlich? Ah, Speerfeuer. Die sind dran. No! Komm, Granate, komm! Er steht neben einer Granate und lebt noch. Ah, die haben es doch geschafft. Unglaublich. Ich habe noch eine Granate geworfen, habe die Explosion beobachtet. Achtung. Wow. Komm schon, wir müssen da rein. Ja, ich suche einen Weg, wie hier unbeschadet irgendwie rankommen. Das sind alle. Da sind wirklich einfach alle. Oh mein Gott. Ich werde nur explodiert. Wow, ich bin auch irgendwo wieder in der Höhle. Keine Ahnung. Nee. 4-1. Er hat einmal diesen Sieg. Einmal diesen Moment. Das war auf unserer Map hier. Ja, das ist irgendwie unsere Sieger-Map. Oh. Kapsel. Oh, wo bin ich jetzt reingelaufen? Gegen eine Armbrust. Ach so. Überraschung. Wir haben die Kapsel. Ah. Wow, wow, wow. Die feuern hier aus allen Rohren. Achtung, von hinten. Ey, die sind auch hier alle schon mit Schwerfeuer, Körperschild und dem ganzen Stuff ausgestattet, den man so braucht, wenn man gewinnen will. Ich glaube, mit der Armbrust hätte ich auch deutlich bessere Karten. Und die Armbrust. Die fegt ja durch. Und wenn man auf die Spray, so ein bisschen die Spray, so in alle Richtungen, die Armbrust. Granate raus, die kommt von der anderen Seite vor sich. Die Granate hat nix gebracht. Das ist ein Witz. Ich habe einen getötet. Geil. Mit einer Nade. Und wir haben das Ding, oder? Ja. Halleluja. Gepriesen sei der Herr. Jetzt gibt es hier doch ein bisschen Shit, oder? Die droppen doch immer. Yes. Ich stecke irgendwo fest. Okay, Infanterie geschützt. Wo ist die fucking Kapsel? So, keine Ahnung. Ewig weit weg. Komm schon. Ich bin so weit von dieser Kapsel entfernt, bis ich da bin, ist die Sache schon gegessen. Das gibt es ja nicht. Du kannst es nicht überleben. Ah, hinter mir. Ist da jemand dran? Ich weiß es nicht. Ich hänge. Ich versuch's. Ich ehe. Ja. Okay, Halleluja. No. Oh, sie kommen. Oh Gott, sind das viele. Ich brauche nur noch zwei Stunden, dann bin ich hier. Ich kann bei ihnen nicht spawnen, weil du direkt vor Gegnern stehst anscheinend. Naja, ich war direkt vor Gegnern. Sie haben sie wieder übernommen. Granaten. Kann ich. Muss erst aufladen. Hast du keine goldenen Granaten? Es tut mir leid. Typ ist down. Okay, okay, okay. Ich schau in die Höhle. Okay, da ist frei, frei. Au, 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 au. Über uns, oder was? Sperrfeuer in alle Richtungen eben gerade bekommen. Über uns, über uns, über uns. Wow. Wow. Der hatte gar nichts mehr. Der war schon tot und hat mich trotzdem mit dem Flow dann auch weggeholt. Wow, 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 wow. Oh, shit. So eine Drecks. Die Ende. Oh, die sind dran, die sind dran, die sind dran. Ja, mit einem Körperschild kein Problem. Wow, hab ich hier drei Leute weggesprengt? Okay, perfect. Sie kommen von oben. Schmalen Gang ist niemand. Alle über uns, alle über uns. Okay, wir sind down. Boah, was war denn das schon wieder? Ich will mich hier ein bisschen regenerieren. Ich hatte mich auch gerade. Ich musste... Einer stand... Einer ist dran. What? Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Immer die Granate umsonst. Shit. Wir kriegen das Ding, wir kriegen das Ding, wir kriegen das Ding. Oben ist frei, oben ist frei. Wir kriegen's, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Okay, halleluja. Okay, wo ist der nächste Shit? Wo ist der nächste Shit? Flieg bitte. Der Kapsel. Okay, okay, okay. Ich seh, die Kapsel ist außen, draußen, draußen. Da ist einer dran, da ist einer dran. Er hat natürlich ne fucking Schild. Er hat natürlich ne fucking Schild und hat ab. Okay, wir sind wieder dran. Dieser kleine Pieselkopf. Das war der eigene. Armbrust, oder? Ja, natürlich. No, no, Armbrust. Das hat alles wieder weggeholt hier. Dieses Dreck-Shit. Ich war Dreck. Shit. Die sind alle hier gespawnt. Diese Drecks-Höhle. Und das Blöde ist, man ist auch immer so schneeblind. Bin down, Rattengeil. Die sind oben, unten. Keine Chance. Das waren jetzt ein paar... Ich glaub, die gewinnen das Ding. Das waren jetzt ein paar zu viele hier. Oh mein Gott, das sind alle vor uns. Wow, die haben da Geschütze aufgestellt. Und krass. Niederlager. Wow. Holy shit. Wow. Also das Team war deutlich stärker. Ja, das war... 5-3 geht ja noch so... Ja, wir haben den Sieg geholt. Wir haben den Sieg geholt in der letzten Folge. Oh, die Folge, die niemand gesehen hat. Oh, in der anderen Map. Ja, ich weiß nicht. Die Karte ist echt brutal. Die ist echt brutal. Wir hätten nochmal hier die Karte. Da wurden wir auch immer sehr hart gedemildet. Da wurden wir aber richtig gedemildet auf der her. Wie lange geht die Folge? 12 Minuten. Wollen wir die hinten dranhängen, so als Bonus, oder... Geht die dann zu lange? So als Revanche-Runde jetzt? Ja gut, da wir verloren haben, schaut eh keiner mehr, können wir die dranhängen. Genau, deswegen, ja. Die Leute sind schon enttäuscht und haben gesagt, die abonniert sofort. Das spule ich mal vor, aber die sind auch immer hinten. Ich hab jetzt mal die eine Waffe da geholt, diese SE14C. Okay. Ich probier die mal aus. Nur mal bei der gleichen war für ihr. Gut, dann geht's ja schon wieder los, hier. Das ist auch so eine Karte, wo wir nur permanent hart auf die Fresse bekommen haben. Oh mein Gott, wir haben auch noch zwei Spieler weniger. Schande geht weiter. Ah, hier kommt einer rein. Fuck. Hier kommt einer rein. Okay, ist ausgeglichen, gut. Ah, jetzt haben die wieder einen mehr bekommen. So, wo ist die fucking Kapsel? Die ist ja hin. Da. Ah, doch. Ja, hier ist der Kapsule auf. Ah, turn ist's. Dann go. Und ich bin auf jeden Fall auf dem Weg. Mehr kann ich dazu jetzt nicht... Oh, und da haben schon verloren. Gut. Schön. Schön. Gut gemacht, Spanny. Bin down. DL 44 hat gewonnen. Klar, die sind immer. Ich geh mit dem fucking Sästier. Ich geh mit dem fucking Sästier. Ich hab die jetzt. Okay, sehr gut. Jetzt. Unsers. Unsers. Nein, 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 nein. Oh, da kommen auf einmal vier. Oh, natürlich. Da kommt einer. Körper-Schild. Einer im Schild. Aber die Granate. Er muss weglaufen. Oh Gott, da sind alle hier. Die sind alle hier? Natürlich sind die alle hier. DL 44, dankeschön. Bam, da komm ich rein. Und es hat nicht gereicht. Oh shit, die hat's ja eine Granate. DL 44 hat mich weggeholt. Eine Drecksgranate. Oh, 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 oh. Wir haben sie noch mal. Wir haben sie noch mal kaum zu glauben. Aber weißt du, dadurch, dass wir jetzt hier noch mal so eine Bonus-Geschichte machen, dann müssen wir eigentlich auch belohnt werden von unseren extrem treuen Zusehern, oder? Ich denke schon. Mit Bonus-Likes. Gibt's die? Bonus-Likes? Wenn sie doppelt draufklicken, dann ist es wieder ein Minus, oder? Stimmt. Hört auf, zweimal zu drücken. Lass das! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, Millimeter! Wow! Wir haben wirklich die Cups kaum zu glauben. Hätte ich nicht mit gerechnet. Jetzt ist die Frage, wo kommt die Nächste? Hört ihr vor und sichert sie! Oben, 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 hin! Oh, shit, ich hab ein Ding verbraucht. Wir sind dran, wir sind dran. Der eine geht hin. Ja, wir haben das, Baby. Natürlich wieder irgendwo. Gut, Quanny, gut. Boah, da kommen noch zwei hin. Da kommen noch zwei zur Kapsel. Egal. Die haben die Granate überlebt. What? Yes, der eine hier ist eine Maschine. Okay, bis jetzt sieht's gut aus. Über die Hälfte schon. Natürlich, Körperschild. Fucking Körperschild. Die Sturmtruppen haben mit der Berge und der Rettungskapsel begonnen. Dieses Körperschild ist so mies. Kill, assis. Er hat's einfach übernommen. Ja. Oh, was schießt denn? Ich bin von hinten, oder was? Oh mein Gott, ich bin gleich down. Hilfe. Achtung, von allen Seiten. Von allen Seiten. Doch, woher du in den Rest? Yes, yes, yes. Oh, da wollte ja jemand von hinten, aber ich habe aufgepasst, Baby. Guter Mann. Ich spiele ja gerade diese neue Waffe und die ist so mittelmäßig. Oh, wir haben sie. Aha, ich komme von hinten. Und hab das da gemäßt. Oh, ja. Oh, der ist ganz oben auf dem Ding wieder. Und mich hat der Orbit zerrissen. Mich auch. Das war von dem Typen, der ganz oben ist. Der kämpft ganz oben auf dem... Wow, du hast neun Kills. Ich habe erst drei. Der ist noch einmal... Der ist ja wieder mit der unfairen Loobwaffe rum. Ich will den ganz oben erwischen. Komm schon, Granate, räche mich. Danke. Ich will den nur ganz oben. Das ist alles, was ich will im Moment. Ach, der ist oben, einer wieder. Ja, ganz oben. Alles weg. Ich habe mich wieder erwischt. Fuck. Der ist ganz oben. Scheiß auf die Kapsel. Ich will den Typen. Ich habe ne Armbrust überlebt. What? Ich habe ne Armbrust überlebt. Was für Cheats? Frag mich nicht viel. Da sind zwei oben jetzt. Okay, einen habe ich. Armbrust überlebt. Nimm mal lieber hier die Kapsel. Kinzerie gestoppt. Ja, aber die schießen ja von oben auf die fucking Kapsel. Aha, Speigensatz. Komm schon. Gibt es doch nicht. Und wieder den hier mit einer Granate geholt. Nahkampf? Oh, hier gibt es Nahkampf. Klar, hier kann man irgendwie auch zuhauen. Ey, habe ich noch nie geklickt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, die ist weg. Ah, fein. Wir haben uns weggekapselt. So, ich glaube, hier habe ich aber noch einen Bonus und hau einmal rein. Das war eine Aktion, ja. Miesen Pisser. Na, shit. Machen wir die Kapsel? Oh mein Gott. Ade, 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 ade und schießen. Vergesse ich auch immer. So, das geht nicht. Was, hier geht das nicht? Egal, ich mache hier einen Robo direkt zur Kapsel hin. Der wird uns gute Dienste erweisen. Ein kleiner Droidenfreund. Oh, ich schieße da gegen den Stein. Was ist denn das für ein Blödsinn? Irgendwo hole ich die ganze Zeit denselben Spieler weg. Achtung, Armbrust. Und ein Körperschild. Oh, ich hasse es. Ich hasse es einfach abgrundtief. Ausgibt. Was er alles aushält. Gibt es nicht. Gibt es einfach nicht. Das Körperschild ist einfach zu unfair. In dem Modus gehört das verboten. Wo ist mein Droide? Klar, der ist schon wieder tot. Mr. Soldier. Oh. No, 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 no. Ich bin panisch. Okay, okay. Ich habe 31 AP. Einer ist wieder ganz oben. Vorsicht. Hab ihn. Dieser kleine Camper-Drecksack. Hab ihn anderen Typen hier. Schon wieder derselbe. Ich töte immer wieder den gleichen Typen. Erneut und erneut und erneut. Die Kapsel gehört uns. Nimm den Modus hier mit. Ich vergesse dich auch die ganze Zeit. Oh, ich fahre der Rieke schützt. Nein. Die ist jetzt ganz da hinten. Oh, shit. Da kommen wir zu spät. Ja. Längen zu spät. Ja. Der schießt mich ja. What? Ach, von hinten. Okay, wir müssen ja in die Nähe von dieser Dreckskapsel. Ich bin... Wir müssen sie jetzt so platzieren. Ich bin dran. Ich bin dran. Do it. Done. Sehr gut. Du bist ja heute der Kapsel... Ich hab doch gesagt, ich bin Kapsel-Experte. No, das hab ich gesagt. Ja, und ich hab's bestätigt. Weil so haben wir es beide gesagt. Ey, wir haben 3-1. Das könnte ja wirklich was werden. Ich bin dran. Schon wieder. Kapselmeister. Hab's mit meinem Leben bezahlt. Aber fürs Team halt. Weißt du das? Hat er denn? Noch haben wir sie. Noch halten wir die Kapsel. Interessanterweise. So, ganz hinten. Komm schon, komm schon, komm schon. Kritischer, das sehste. Au, wir schießen in meinen Rücken. Verdammt. E-11. Ich ehr. Ehr. Hab's. Gut. Gut. Wir brauchen mal die erste Kapsel, 20 Parts. Oh, die kommen mal... Oh Gott, von allen Seiten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Noob oder dein Noob? Bei der Rechtschreibung von heute weiß man das nie. Die Noob. Also jetzt gerade sieht's gut aus, alles ruhig. Sieht gut aus, hier ist alles ruhig, ja? Oh, Granaten. Ja. Nimm dir einen Bonus. Cool, ich hab ne Annäherungsmine. Perfekt. Ja, mal den Flow da. Oh, der ist auch gut. Oh, ich wollte hier gerade... Wo sind wir noch hin? Bin ewig weit weg von der Kapsel. Ich glaub, die sind näher als wir. Ja. Hier haben sie. Das ist ne falsche Richtung hier. Keine Gefangenen! Sind die dran? Campen die? Bin hinter dir. Weiß nicht. Wenn die genau hinterher. Achtung, Granaten nochmal. Oh! Ich hab' dich verklickt. Irr, ich, irr. Habe geirrt. Oben auf dem Schiff, hab' ihn! Oh, der... Haha, der Camper. Perfekt, das ist noch... Perfekt. Oben ist noch einer auf dem Schiff. Ich schmeiß ne Granate runter. Er lebt noch. Er lebt noch. Oh! Oh, steht hinter uns. Gang ist einer. Hab' ihn. Gut. Der oben ist down. Auch. Kapsel verteidigt. Perfekt, Points. Oh, Granates! Okay. Ich glaub' wir haben gewonnen. Komm, gib uns das! Gib uns das! Ich glaub' wir haben gewonnen. Warnschüsse. Ja! Perfekt! Wow, 5-1. Und die Leute haben schon abgeschalten. Wow. Holy shit. Es waren drei weniger am Ende. Na gut, okay. Nun. Ja, die haben wir halt aufgegeben schon vorher. Ah, die haben erkannt. Hier. Kapselmeister. Ja. Meiste Kapsel wird. Meiste verteidigt. Das war Teamwork. Sandwich. Die Frauen der Mitte. Echt. Ja. Frauen der Mitte, genau. Wir haben hart gesandwiched heute. Aber es gibt ganz schön gute Erfahrungspunkte. Guck mal hier. Und dann nochmal den fetten Bonus. Lohnt sich heute zu spielen. Ja, das stimmt allerdings. Gut. Das war's hier mit dieser ultra spannenden Folge. Wir sehen uns in der nächsten total cremig spannenden Folge. Wie immer, danke fürs Zusehen und für die Bewertung. Und... Tschüss. Tschüss.